Auf der Osterfelder Straße sollen 56 Linden gefällt werden. Das sind 24 mehr als unbedingt nötig wären für eine vernünftige Kanal- und Straßenbausanierung nötig wären. Da wir als Bürgerinitiative das nicht einsehen und unseren Bürgerwillen hier untergraben sind, trotz Petition, ist die Bottroper Stadtverwaltung nicht auf die Bürger eingegangen. Aus diesem Grunde machen wir einen Gedenkzug, der symbolisiert, erstens, hier könnten mehr Bäume stehen bleiben, als gefällt werden. Und aber auch, was ist der Bürgerwille in Bottrop wert? Darauf wollen wir aufmerksam machen mit dieser Demonstration. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020